100 Jahre Garantie in Saarbrücken. Blind Date mit? Marleen. Mit Leon. Leon, was ist die erste Frage an Marleenchen? Wie groß ist dein Finger? Wie groß ist dein Finger? Weiß ich nicht. Weiß die nicht? Wie alt ist die? Wie alt bist du, Marleen? Äh, bleibt geheim. Oh, bleibt geheim. Was sagst du? Scheiße. Wie groß ist der? Wie groß bist du? 1,96 Meter. 1,96 Meter. Das kann nicht sein. Ich bin 1,83 Meter. Keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Wie alt ist er? Wie alt bist du? Geheimnis. Was ist denn dein Red Flag? Boah, vieles. Eine Sache musst du damit sagen. Vieles. Bist du Jungfrau? Bist du Jungfrau? Ähm, das beantworte ich nicht im Internet. Wie groß bist du? 1,65 Meter. Ist er noch Jungfrau? Bist du noch Jungfrau? Beantworte ich nicht. Bist du ein Talahun? Bist du ein Talahun? Vielleicht. Er sagt vielleicht. Ist das schlimm? Äh, ja. Okay. Letzte Frage an sie. Braucht sie? Rauchst du? Ja. Letzte Frage an ihn. Äh, nimmst du Drogen? Ne, aus Alkohol. Bewertet sie von 1 bis 10? Null. Null. Was sagst du? Stopp. Aus. Nein, bitte nicht. Null. Warum aber? Minus. Minuszahlen. Minus Aura? Mhm. Warum aber? Das ist eine Frage. Warum sagst du Null? Warum? Ich bin vergeben. Deswegen Null. Ja, deswegen Null. Warum hast du hier mit? Da summt sie! Ich bin der Drogen. Bis zum Salaiful. Und wenn du in derwegung sekt 폭ale in der B cache Drogen. Ja, aber... Es sind die Drogen. Und dem. Vielen Dank.